ja servus und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft auf meinem kanal ja wir haben in der letzten folge ein bisschen was gemacht und ein bisschen umgeschaut ich bin mal gespannt was wir hier machen können ich will ja ich weiß nicht was ich vor hab keine ahnung ich werde mich überraschen lassen vielleicht finden wir noch eine andere stelle irgendwie ein bisschen stein haben wir geholt in der letzten folge ein bisschen was gemacht bisschen da bisschen da und wir werden schon gucken dass wir vielleicht in der nähe bleiben aber irgendwie gefällt mir die gegenten ist so haben immer die kiste gerne mal wandern hier ist das land so hoch das ist das was mich irgendwie so stört hier das ist so bergig ist und nicht so flach sag ich mal wenn ihr wisst was ich meine ist mir alles irgendwo zu hoch das ist mir alles zu hoch um ehrlich zu sein ich möchte eigentlich unten irgendwo starten flachen fläche flachen 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 Vielen Dank. So, wir gehen jetzt von da lang. So, schauen wir mal. Ich muss auch gucken, dass ich ein bisschen mehr rede. Das habe ich auch gemerkt. Ja, die gehen könnte mir gefallen. Das Grün ist ja irgendwie nicht so saftig. Das gefällt mir auch nicht. Irgendwie so trocken. Jetzt habe ich eine Gegend gefunden, wo es relativ flach ist. Das gefällt mir auch nicht. Gehen wir es weiter suchen. Das gefällt mir auch nicht. 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 Oder auch nicht. Nee. Das sah nur so aus. So, und das jetzt. Was war das? Süße, Süße, Süße Bären. Vielen Dank. So, schauen wir mal, wo geht es da lang? Hier ist es da lang. So, schauen wir mal. Das oben ist Kohle. Das sehe ich schon, aber es ist mir alles zu hoch. Es ist mir alles definitiv zu hoch. So, schauen wir mal. Alter, nee, nee. Links und Reisberge, das gefällt mir nicht. So, haben wir so hohe Berge auch noch. Nee, nee, nee. Da kommt gar nicht in Frage, dass wir hier wohnen. Okay. 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 Das ist mir noch mal, da lang. Okay. 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 Hier sieht das wieder saftig grün aus. Okay. 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 Ich weiß noch nicht, wo wir jetzt hier sind, aber... Okay. 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 So, wir haben, denke ich, jetzt mal einen Spot gefunden. Hier sieht es eigentlich relativ idyllisch aus. Das heißt, wir werden uns hier Platz machen. Hier werden wir uns jetzt platzen. Also. Hier kann jetzt wieder Gras wachsen. Hier kann jetzt wieder Gras wachsen. So. Kleine Ebene Fläche erstmal. Wir werden jetzt gucken, dass wir die Werkpack hinstellen. Wo ist er? Da. Dann können wir eine Fackel bauen. Fackel. Kohle und Dings. Das heißt, wir brauchen jetzt Kohle. Und im besten Fall eigentlich noch viel Kohle. So. 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 Hier ist nix. Das heißt, wir graben hier mal weiter. Das kostet den Ofen. So. 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 Vielleicht können wir Holz verbrennen, dass wir Kohle kriegen. So. So. Damit wär's aber erstmal für diese Folge gewesen. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne in der nächsten Folge wieder reinschauen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Servus. Und tschüss.